servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einer geschichte die ich ganz lustig finde und die ich selber gar nicht auf dem schirm hatte denn es gibt jetzt dank patch 10.1.5 mounts die ihr verschenken könnt und zwar ein spieler der anderen fraktion ich glaube sowas hatten wir noch nicht im spiel ich kann mich zumindest nicht daran erinnern und dabei geht es um dieses hier den weißen kriegswolf und dann noch einmal den greif der allianz da gucken wir einfach mal der hungriger schwarzer greif die dinger könnt ihr wie ihr seht hier allianz spieler können das ding kaufen für 3000 parakausale flocken für horde steht jetzt hier gegenstand geschenk des hungrigen schwarzen greifen beim kriegswolf ist es genauso als horde spieler können euch das fich kaufen und allianz spieler müssen es über das geschenk des weißen kriegswolfs bekommen wie geht das jetzt allerdings und das ist tatsächlich gar nicht so schwer wie man vielleicht meint aber ich habe es jetzt selber erst gelesen finde ich aber eine sehr nette edition dafür braucht ihr diese items geschenk des hungrigen schwarzen greifen also wirklich es muss geschenk davor stehen benutzen bringt einem spieler charakter der gegnerischen fraktion bei wie man den hungrigen schwarzen greifen beschwört und dafür gibt es dann auch noch mal das geschenk des weißen kriegswolfs bringt einem spieler charakter der gegnerischen fraktion bei wie man den weißen kriegswolf beschwört letzten endes können diese mauns allianz spieler können diesen greif als random drop bekommen während eines zeitrisses horde spieler können den wolf als random drop bekommen während eines während eines time rifts und was ihr dann tun müsst ist einen spieler der gegnerischen fraktion anklicken ich habe keine ahnung was ich hier tun muss was was wollt ihr von mir okay einer davon ist scheinbar falsch jetzt jetzt verstehe ich es im sorry einfach den spieler der anderen fraktion ins target nehmen dieses item anklicken was ihr auf der tasche habt und abfahrt schon bekommt der andere spieler dieses mount geschenkt es steht dann allerdings nicht im chat wer euch dieses mount geschenkt hat oder von wem ihr es geschenkt bekommen habt aber nichtsdestotrotz eine ganz nette geschichte und was ich ebenfalls gesehen habe diese dinger sind sehr sehr häufig stackbar also ihr könnt theoretisch ich habe von einem spieler gelesen der hatte vier stück von diesen dingern auf der tasche und könnt ihr dann alle weiter verschenken wie das am einfachsten geht theoretisch ist entweder geht ihr dann in eine hauptstadt oder nachdem ein time rift vorbei ist würde ich sagen stellt ihr euch hier auf an der stelle wo wir jetzt sind weil hier stehen zumindest auf unserem server und der ist jetzt nicht so super groß trotzdem regelmäßig einige spieler von horde und allianz und da könnt ihr dann einfach einen spieler anvisieren klickt ihn an schenkt ihm das ding und fertig ich habe mittlerweile auf meinen chars nur sechs time rifts gemacht sechs oder sieben stück waren es aber ich habe noch kein einziges mal ein solches item bekommen dementsprechend was ich nicht auflösen konnte ist jetzt die frage muss man dafür die also muss ich erstmal den weißen kriegswolf besitzen um das geschenk droppen zu können in den kommentaren von wowhead waren leute die haben geschrieben nein man muss es nicht besitzen andere meinten bei ihnen ist es erst gedroppt nachdem man es besessen hat das muss natürlich nichts heißen da ich das ganze jetzt noch nicht bekommen habe und ausprobieren konnte will ich mich da jetzt nicht festlegen aber ich sage mal so die möglichkeit besteht und zu guter letzt testen wir einfach nochmal hier jetzt in diesem video ob das ding nicht vielleicht doch noch droppt aber die idee dahinter finde ich bin ich ganz ehrlich sehr sehr cool ein mount was man sich zwischen den fraktionen schenken kann so kommen allianz spieler dann in den genuss eines benutzbaren wolfes und horde spieler können mit einem greif durch die gegend flattern das finde ich wirklich ganz witzig und warum nicht ist eine ganz nette idee was halt noch cool wäre falls sie sowas in zukunft nochmal machen wenn im chat dann steht ok spieler xy oder so spieler xy hat euch ein mount geschenkt dann könnt ihr euch bei dem bedanken und so weiter und so fort das wäre doch nicht schlecht so jetzt schauen wir nochmal droppt das ding hier oder droppt es nicht droppt es hier oder droppt es nicht würde jetzt mal schätze spontan nein aber ein parakausales fragment von valenür habe ich bekommen okay das ist ganz nett hilft mir jetzt zwar auch nicht so super viel aber was man hat hat man so seht ihr auf diese weise ich meine das job dann immer hier am ende raus oder kann hier am ende raus droppen könnt ihr mal in die kommentare schreiben wenn ihr das ding schon mal gedroppt bekommen habt sagt gerne mal bescheid dann kann man das ganze noch ein bisschen eingrenzen damit auf jeden fall danke an euch fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen ok kleine edition noch ich habe gerade das programm dicht gemacht zum aufnehmen und so weiter deswegen ist das fenster nicht mehr da aber ihr habt das reit hier hungriger schwarzer greift zu eurer sammlung hinzugefügt also irgendeiner der allianz spieler hier hat mir gerade das mount geschenkt vielen 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 dank an wen auch immer wer das war kann ja eigentlich nur jemand hier in der nähe sein also da jana war es jana ich gebe einfach mal slash danke ein keine ahnung ob es jana war falls ja danke sehr vielen dank fürs mount ich freue mich sehr coole sache und jetzt aber wirklich reingehauen und jetzt aber wirklich reingehauen und jetzt aber wirklich reingehauen